Oh no... No! Ha! Welcome back people! Na gut, ne? Es ist arschkalt draußen, es hat 1 Grad und vor 2 Tagen hat es 25 Grad. Ja, ich werde jetzt von der MOAB geholt und dann fahren wir zur... Nyak... 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 Town, keine Ahnung wie man das ausspricht. Und da treffen wir die Anja. Das ist mein... mein Outfit. So, I know it's so sad. So now we're driving to Nyak... I have no idea what you call it. Wait... What do you call it? Nyak, Nyak? Nyak, Nyak, Nyak? I have no idea. I have no idea. Anja arrived. There's nothing in there. Ah! I can see bread. Ah! Schön hier! Aber... Schön hier! Schön hier! Ah! Splinter! Splinter! Haha! Yeah! Haha! 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 Eeeh! Wow! Eeeh! Sticky! Oh! Better than Dunkin Donuts? No! How is your coffee? Very good actually! I took a caramel macchiato! And I took nothing! Amazing! You've got an apple! Oh! Chocolate! Qualität aus Nürnberg! German! Viel Glück! Danke! Brauch ich! Stößchen! Haha! Why? Räucherstäbchen? Räucherstäbchen! I think I have to buy something from here! Like a good luck crystal! Alter, hier... Austreibungen oder was? Ich hoffe das mit den Verschlüssen nicht! Gehts nicht! Ohja, ich hab solche Ketten mit solchen Verschlüssen! Aber nicht mit dem! Doch! Müsst ihr mich verarschen? Eeeh! Eeeh! Oh mein Gott! I have to buy! Eeeh! So, so nice! Dieses Wesen hat gerade mit ihrem Rucksack alter den gelben Chuck einfach am Boden gehauen Ich glaube jetzt einfach hier in der Mitte stehen und mach gar nix! Suspicious! Oh! Oh! Thank you! What are you doing? The place has the fries! The fries good? Mhm! You should just go for it, yeah! You should go for it too! You should go for it too too! No! Not for the chicken! Is that red? Cake! Come on my god! Let's go! Let's go! What? I'm running there! Left! X! X! No, a clown! X! 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 Es ist gut, es ist sehr gut, ich glaube. Oh, ist es? Oh, ja. Enjoy your $14. Oh, es ist gut. Ich bin mit meinem Wolltang. Es sieht gut aus. Ohhhh. Check out the corndogs. I'm so excited. What do you have? Cheese. Yours looks crazy. Ah, ah, too hot. Sugar? Huh? Why would you... Are they cheese and sugar together? Yeah, I can't think of you. It's like, regular with the sugar on top. It's amazing. Tastes like churros. So that we both look at each other. Yo! You could ever know All I want for Christmas is you